Ob auf Geschäftsreise oder im Urlaub ein hochwertiger und zuverlässiger Reisekoffer ist ein unverzichtbarer Begleiter. Mit dem Travel House Tokyo präsentieren wir Ihnen einen echten Qualitätskoffer, der durch seine robuste Bauweise, durchdachte Ausstattung und elegante Optik überzeugt. In diesem ausführlichen Produkttest zeigen wir Ihnen, was den Travel House Tokyo so besonders macht und warum er eine hervorragende Wahl für Ihr nächstes Reisegepäck ist. Das Herzstück des Travel House Tokyo ist sein hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse. Dieses wird durch einen extrem stabilen Aluminiumrahmen zusätzlich verstärkt und ist mit einer Gummidichtung versehen. Die robusten, gehärteten Aluminiumetten bieten an den sensiblen Stellen optimalen Schutz selbst bei widrigen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Dank des leichten Aluminiums bleibt der Koffer trotz seiner Größe angenehm handlich und lässt sich dank der 360 Grad Drehräder mühlelos manövrieren. Der Travel House Tokyo ist mit zahlreichen, durchdachten Features ausgestattet, um Ihnen ein angenehmes Reiseerlebnis zu bieten. Die Innenaufteilung mit herausnehmbaren Packplatten ermöglicht eine übersichtliche Organisation Ihres Gepäcks. Über die TSA-Zahlenschlösser können Sie Ihren Koffer bequem und sicher verschließen, ohne sich um Schlüssel kümmern zu müssen. Und dank des stufenlos verstellbaren Teleskopgriffs bleibt der Koffer auch beim Ziehen immer angenehm in der Hand. Der Travel House Tokyo ist ein echtes Ausnahmemodell unter den Reisekoffern. Mit seiner robusten, hochwertigen Aluminiumkonstruktion, durchdachten Features und eleganten Optik bietet er alles, was das Reiseherz begehrt. Egal ob auf Geschäftsreise oder im Urlaub der Travel House Tokyo ist Ihr zuverlässiger, stehvoller und komfortabler Begleiter, überzeugen Sie sich selbst von diesem Qualitätsprodukt und machen Sie ihn zu Ihrem treuen Reisebegleiter. Füllen 期ang Füllen